Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es den Bundesliga Tots Cup, in dem wir Leroy Sané als Team of the Season Karte gewinnen können und ich denke, den wollen wir heute gewinnen. Wir haben hier eine krasse Bundesliga Mannschaft, die ich euch jetzt zeigen werde und zwar haben wir den Bestmann der Bundesliga im Tor. Es gibt keinen besseren Torhüter der Bundesliga, Manuel Neuer. Als Innenverteidiger haben wir hier noch Hummels und Boateng auf der anderen Seite, Alaba und Dodd auf der anderen Seite, Piszczek. Dann haben wir als ZDM Philipp Lahm, bester Mann auf jeden Fall, auf der anderen Seite, Ribéry, Faisler, Spieler, Mario, Götze, regelt das zentrale Offensive, Mittelfeld, Robben, auf der anderen Seite, Hovameyang und Lewandowski im Sturm. Und ich denke mal, mit dieser Mannschaft werden wir rasieren. Wir haben hier noch ein paar geile Auswechselspieler, unter anderem Vidal, Müller und so, Kalou in Form. Die werden wir auf jeden Fall einwechseln. Und ich würde sagen, das ist unser krasses Team. Wir haben den neuen Controller am Start und ich würde sagen, wir rasieren jetzt die nächsten Gegner und holen uns Sané. Totz, bis gleich. So Leute, jetzt haben wir hier das gegnerische Team mit Coma, Müller, Costa, Cagava, Gustavo, Vidal, Rodriguez, Naldo, Boateng, Piszczek und Leno. Den geht es jetzt zu rasieren. Bis gleich. So, Farc, jetzt verlieren wir hier den Ball und Müller schießt da ganz klar, wie das Tor. Oh, sehr schön. Jetzt hier auf Obermeyang, der kriegt den Ball nicht. Digga, komm, Alter. Wir müssen doch mal hier dieses Turnier gewinnen. Sehr schöner Ballgewinn jetzt von Philipp Lahm. Sehr schön jetzt über die Seite und oh mein Gott, haben wir ihn hier genutzt mit Ribery. Jetzt, zack, schön in die Mitte gespielt und der läuft jetzt und Lewandowski, jetzt können wir das Tor machen. Er sweatet rüber und Tor. 1 zu 0, Leute. Obermeyang macht hier das 1 zu 0 für uns. Richtig nice, Leute. Richtig nice. Erste Spiel von dem Rest der Minute. Obermeyang im Tots Cup. Wir führen hier und ich würde sagen, du kannst weitergehen. Und wir sehen uns bei der nächsten Tülle. Oh, jetzt gibt es den Eindruck, Schimmel, die ich nachdenken. Und das gibt es die Partei, die wir an den Wolf, die kommt denn da durch, dieser Schuss. Oh, 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 oh. Oh, außen fast, die Leute. Jetzt schön hier mal so. Komm, schick mal Götze. So, jetzt mal ein schöner Ball. Boah, was ein schöner Skill, jetzt auf Aubameyang, 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 Aubameyang. Oh, Alaba, sehr schöner Ball gewinnen hier. Robben macht dann einen sehr schönen Skill in die Mitte, zieht dann nochmal in die Mitte und jetzt der Schuss, Neuheit. Oh, jetzt haben wir mal eine Ecke für uns. Robben bringt die Reihen auf Aubameyang, Alter, der wäre da fast noch reingegangen. Kann unser Gegner hier kontern, das ist nie gut, wenn der Gegner kontert. Jetzt müssen wir den Ball abnehmen, sehr schöner Ballgewinn jetzt hier. Müller, Müller, schöner Pass jetzt hier auf Aubameyang, der verschlendert da den Ball. Müller kommt hier nochmal an den Ball, bringt da den Ball auf Aubameyang, Alter. Geht doch, Digga, an die Latte knallt er den Ball und da ist es auch drin. 2 zu 0 für uns, hier 80. Minute. Ich denke, das Ding ist gegessen und wir haben die erste Runde geschafft. Aubameyang, Alter, hämmert da den Ball unter die Latte. Hier ein sehr schöner Ballgewinn nochmal von Thomas Müller und boom, Digga, da sitzt es. Oh, jetzt kommt hier der Gegner mal über Müller. Schöne Parade hier von Neuer. Oh, jetzt kommt hier Eureli. Eureli. Sehr schöner Ball und Aubameyang macht hier das 3 zu 0 in der 90. Minute. Der Kuchen ist hier auf jeden Fall gegessen und somit gewinnen wir die erste Partie. Und hier ist es der Apfel. Wir gewinnen die erste Partie. Wir haben ja den Gegner auf jeden Fall richtig rasiert. Und ich muss sagen, Leute, das war's von der ersten Partie. Jetzt kommen wir in die letzte Partie, letzte Partie zweiter Gegner. Bis gleich. So. Da haben wir auch schon den zweiten Gegner. What the fuck, Alter. Guckt euch mal dieses kranke Team an. Also das gilt jetzt zu schlagen. Sieht auf jeden Fall sehr fresh aus. Hier viele Team of the Seasons. Und der wird jetzt aber auch rasiert. Let's go! Sehr schön jetzt hier von Rubberi gemacht. Sehr schön. Jetzt muss der Schuss kommen. Aubameyang. Sehr schön, Alter. Der gefällt mir richtig gut. Und der macht so einen guten Job. Geht er hier vorbei. Nochmal Oberauf. Götze! Macht hier das 1 zu 0. Mario Götze. Sehr schöne Vorarbeiter von Aubameyang. Und das ist dann das 1 zu 0. Jetzt kommt hier mal unser Gegner mit dem Kopffall. Aber neuer. Klärt die Situation, wie man es von ihm sehen möchte. Jetzt sieht der Ball aber immer noch heiß aus. Jetzt wird gleich die Ecke rasch. So. Jetzt kommt hier hier über Götze. Götze. Sehr schön gemacht. Und... O... 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 Jetzt habe ich zu viel gelabert. Nein, 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 Oh oh, jetzt kommt wieder der Gegner wieder Und das ist Abseits, Abseits Ja What the fuck Leute Guckt mal, er wechselt einfach Leroy Sané ein Und wie es hier heute für uns geht Also den wollen wir ja heute gewinnen Und er wechselt einfach ein Alter, das heißt, er hat ihn schon mal gewonnen Das heißt, wir führen gegen einen Der schon mal gewonnen hat Jetzt labere ich wieder zu viel Jetzt muss ich mir aufpassen, dass wir hier keinen reinkriegen 75. Minute Und da ist auch Sané, Digga, direkt mal an den Pfosten Und der ist noch heiß, oder? Ist der weg? Weg, weg Alter Schwier, ich dachte, der geht jetzt noch rein So Da ist es Da ist es, Leute Wir gewinnen hier Die zweite Partie Wir gewinnen hier beide Partien Also Ich bin sprachlos, Alter Wie geil unsere Mannschaft Wir gewinnen hier einfach Zwei Partien hintereinander Nice, Leute Jetzt gibt es nur noch zwei Spiele Und die gibt es in der nächsten Folge Ich hoffe auf jeden Fall Lasst bitte mal ein Like dafür da Und ein Abo, falls ihr neu seid Das war auf jeden Fall so geil heute Wir haben auf jeden Fall richtig nice gespielt Auf jeden Fall Lasst dafür mal ein Like da Würde mich auf jeden Fall freuen Und ja Das war es vom ersten Teil Ich hoffe, es hat euch gefallen Und ja Ich bin Ich glaube Den gewinnen wir Und dann würde ich sagen Sehen wir uns in zwei bis drei Tagen wieder Beim zweiten Teil Haut rein Bleibt fresh Und Ciao Ciao So...